Kryptowährungen schnell und ohne Probleme kaufen auf eToro mit Paypal, mit Sofortüberweisung und das am gleichen Tag. Ich erzähle dir, wie es funktioniert und worauf du achten solltest. Und natürlich auch, wie immer, unten in der Infobox haben wir dir die aktuellste Neukunden- und Prämienaktion von eToro verlinkt. Wir werden den Link immer wieder auch aktualisieren, sodass du darüber immer das beste Angebot wahrnehmen kannst. Im Speed-Modus, wie funktioniert die Anmeldung? Du gehst auf den Link unten in der Infobox, kannst dich hier mit dem Join-Now-Button anmelden. Dann kannst du hier deinen eigenen Usernamen sozusagen vergeben, gibst deine E-Mail-Adresse ein, gibst dein Passwort ein, bestätigst natürlich die AGBs und gehst auf Create Account. Und schon kriegst du eine Bestätigungs-E-Mail in dein Postfach. Dort drückst du nur noch auf den Bestätigungs-Link, auf den Button und schon hast du dich bei eToro angemeldet. Das ist der absolute Speedway und da kannst du natürlich auf dem Kanal hier ebenfalls noch ein ausführliches Tutorial ansehen. Jetzt geht es aber auch um die Sache, wie kann ich denn gezielt hier Bitcoin oder aber auch andere Kryptowährungen kaufen. Wenn du jetzt im Portfolio bzw. hier im Profil bist, dann gibt es hier einen wichtigen Punkt zu wissen, nämlich du hast ein virtuelles Depot und du hast ein reales Portfolio. Wenn du jetzt also im realen Portfolio dich befindest, ist alles gut. Im virtuellen Portfolio nützt es dir logischerweise nichts, wenn du wirklich mit realem Geld was machen möchtest. Wir wollen jetzt erstmal uns damit beschäftigen, wie funktioniert das Ganze. Du kannst jetzt erstmal Geld einbezahlen und findest hier ganz unten den Punkt Deposit Funds und dort drückst du drauf, kannst dann auswählen, wie viel du hier einzahlen möchtest. Und dann kannst du logischerweise auch deine Bezahlungsmethode hier festlegen. Wir empfehlen hier Paypal oder Sofortüberweisung, weil das gleich einfach auf dem nächsten, in der nächsten Zeit dann einfach auch am Lerchentag hier mit drauf gepackt wird das Geld. Wenn du etwas warten möchtest oder kannst, dann kannst du natürlich die ganz normale Online-Überweisung nehmen oder die Kreditkarte. Auch da geht es aber relativ schnell und gerade auch bei der Volatilität an den Kryptomärkten ist es sicherlich nicht verkehrt, hier diese zwei Varianten zu wählen. Jetzt die große Frage, wie kann ich Bitcoin kaufen oder aber auch andere Kryptowährungen? Und dazu empfehlen wir ganz klar, du hast ja die Watchliste, hast dein eigenes Portfolio, wo du siehst, was du bisher gemacht hast. Und wenn du jetzt in Kryptowährungen investieren möchtest, ist der einfachste Weg, auf Trade Markets zu gehen. Weil hier findest du nicht nur die Kryptowährungen, sondern auch alle anderen sehr interessanten Märkte, die momentan die Investoren bewegen, auch Einzelaktien, die besonders hohe Bewegungen haben in den Kursen. Und jetzt gehst du hier auf den Punkt Krypto und schon siehst du sämtliche Coins, die hier angeboten werden. Das sind mittlerweile sehr, sehr viele, also selbst den IOTA, den Cardano hast du mit dabei. Das ist natürlich sehr interessant für diejenigen, die auch streuen möchten. Und du siehst natürlich auch, wie einfach es ist, diese Sachen hier zu kaufen. Du gehst jetzt beispielsweise, gehen wir mal ganz oben auf den Bitcoin, gehst entweder auf den Bitcoin nochmal drauf und kannst dann dort festlegen, wie viel du davon kaufen möchtest. Oder du gehst hier auf den Punkt Buy und dann öffnet sich die Order-Maske, wo du einfach auch nochmal hier den Punkt Buy bestätigen kannst. Du kannst dann festlegen, wie viel du insgesamt als Summe investieren möchtest. Oder aber, wenn du dir sagst, okay, ich möchte jetzt insgesamt 1,8 Bitcoin mit dem jetzt verfügbaren Volumen kaufen, dann ist das auch möglich. Gehst auf Deposit Now, wenn du noch nichts eingezahlt hast. Ansonsten kannst du hier auf Kaufen drücken und schon hast du Bitcoin gekauft und kannst das Ganze dann im Portfolio sehen, wie hier eine Position dazukommt, wenn diese Order ausgeführt wurde. Worauf solltest du unbedingt achten? Der erste Punkt ist natürlich, du hast bei eToro keine Order-Provision. Das ist im Gegensatz zu anderen Plattformen natürlich ein extremer Vorteil. Das Einzige, was du wissen solltest, ist, dass du natürlich den Spread bezahlen musst. Der ist mittlerweile aber auch sehr human geworden. Alleine bei 39.000 US-Dollar hast du hier knapp 300 Euro US-Dollar sozusagen pro Bitcoin, den du als Spread bezahlen musst. Wenn du natürlich nur anteilig Bitcoins kaufst, dann wird das natürlich auch geringer. Und dementsprechend ist das der große Vorteil gegenüber anderen Online-Brokern. Du hast weder Negativzinsen, noch hast du irgendwelche Lagergebühren, sondern du hast wirklich nur den Unterschied zwischen An- und Verkaufspreis. Und das macht natürlich eToro hier sehr bequem. Auch die Tatsache, dass du am selben Tag noch eToro, beispielsweise bei eToro Bitcoin oder auch andere Kryptowährungen kaufen kannst, macht es meiner Meinung nach so attraktiv, weil man kennt es, man hat vielleicht eine Nachricht gehört, man möchte jetzt traden und eben nicht zwei oder drei Wochen auf eine Depoteröffnung warten, wie es ja bei anderen Online-Brokern oder auch teilweise CFD-Brokern der Fall ist. Und gleichzeitig, der einzige Nachteil, der mich ein bisschen stört, ist, dass du hier in US-Dollar tradest. Für viele wird das keinen großen Unterschied machen, aber du hast eben hier keinen Euro-Betrag, sondern immer US-Dollar. Das heißt, du hast hier auch ein gewisses Wechselkursrisiko, wenn der US-Dollar eben schwächelt. Das muss man einfach nur wissen. Du hast dann hier immer auch einen Wechselkurs, zu dem das Ganze dann eingetauscht wird. Aber wer damit keine Probleme hat, der ist hier sicherlich gut aufgehoben. Und du hast eine 5 US-Dollar Auszahlungsgebühr. Auch das kommt noch hinzu. Wenn du dir also viel und sehr, sehr häufig Geld auszahlen lässt von eToro, dann wäre das Ganze ein Nachteil. Wenn man aber sagt, okay, ich möchte langfristig in Bitcoin oder in Kryptowährungen investieren, dann macht das natürlich auch nicht viel aus. Ansonsten musst du nur noch bedenken, dass du hier bei eToro natürlich auch CFDs traden kannst. Das heißt, das sind gehebelte Produkte. Das hat aber weniger mit Kryptowährungen zu tun, sondern eher, wenn du jetzt hier Einzelaktien beispielsweise kaufst. Gleichzeitig kannst du auch noch verschiedene Portfoliostrategien nachmachen. Auch sehr interessant. Du kannst dir hier auch Investoren heraussuchen gezielt, die auch in Kryptowährungen investieren. Also das finde ich auch sehr schön. Es gibt hier auch die Möglichkeit, nicht nur Investoren, sondern auch sogenannte Copy-Portfolios sozusagen reinzunehmen ins Depot. Und da, ganz interessant, gibt es auch beispielsweise Crypto Equal als gesamtes Portfolio, wo du alle Kryptowährungen oder zumindest die wichtigsten Kryptowährungen mit drin hast. Ist natürlich perfekt für diejenigen, die eben jetzt schon auch auf andere unbekannte Kryptowährungen setzen möchten. Du hast ja alleine 49% andere Kryptowährungen, die eben noch sehr, sehr klein sind. Und ich sage mal so, wenn man da eben mal 100 oder 1000 US-Dollar einfach mal rein investiert und weiß, okay, es kann auch ein kompletter Totalverlust sein, aber wenn es eben durch die Decke geht, weil da ein Coin dabei ist, der auf einmal umweltbewusster ist oder wo einfach jeder sagt, das ist der heilige Gral oder Elon Musk postet mal wieder einen sehr positiven Tweet über diese jeweilige Kryptowährung, dann kannst du natürlich hier gestreut von diesem Markt investieren. Man sieht hier auch, da sind schon 5 Millionen reingeflossen, 8.524 Investoren haben sich alleine hier schon mit reingekauft. Allerdings musst du auch dazu wissen, es ist natürlich sehr risikoreich. Alleine jetzt schon, wo die Kryptowährungsblase ein bisschen geplatzt ist, Bitcoin ist ja teilweise um die Hälfte eingebrochen, haben wir hier auch knapp in der jährlichen Performance 50% Minus. Also da solltest du dir immer wieder bewusst sein, dass das ein erhöhtes Risiko hat, gerade auch wenn solche größeren Kryptowährungen wie Bitcoin oder Ethereum mal einen Wert verlieren, dann werden natürlich die kleineren Währungen regelrecht abverkauft. Mich würde es interessieren, welche Fragen hast du noch zu dem Thema Kryptowährung und eToro. Gerne auch deine Erfahrung mal unten in die Kommentare schreiben und teile dieses Video auf jeden Fall auch mit anderen, die sich ebenfalls für eToro und Kryptowährung interessieren. Das würde mir sehr weiterhelfen und dementsprechend sehen wir uns hier bei einem weiteren Video auf dem Erfolgskanal.